Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Bachi und ich habe mir Pfeilgefrösche gekauft. Anfang des Jahres habe ich mich dazu entschlossen und habe dann erstmal geplant und mich viel informiert. Ich habe einen guten Freund, den Gerhard, da habe ich auch ein Video gemacht, wo ich bei ihm war und seine Terrarien gezeigt habe. Das war schon das Jahr davor. Das Video verlinke ich euch hier oben und dadurch habe ich dann auch Lust bekommen, auch selbst Pfeilgefrösche zu halten und auch selbst Terrarien zu haben. Ich habe mich dann schon wie gesagt viel informiert. Das würde ich euch auch empfehlen. Also informiert euch bei verschiedenen Quellen. Ich kann euch zum Beispiel den YouTube-Kanal von Dendropaten.tv empfehlen. Der macht ziemlich viele Videos über Pfeilgefrösche oder sonst was auch noch gut ist, wenn man Leute kennt, die selbst Pfeilgefrösche halten. Weil wie bei so vielen anderen Sachen ist es so, dass es sehr viele Meinungen und Wege gibt, wie man Pfeilgefrösche hält. Zumindest bei so Kleinigkeiten beziehungsweise bei so Herangehensweisen. Natürlich gibt es ein paar Grundsachen, die passen müssen, aber es gibt sehr viele Wege und sehr viele Meinungen im Internet, die unterschiedlich sind. Deshalb ist es am besten, wenn ihr irgendwen habt, wo ihr seht, da schauen die Terrarien gut aus, da schauen die Frösche gut aus und dann mache ich das so ähnlich oder genauso wie die eine Person. Also schaut vielleicht, ob ihr irgendeinen Züchter irgendwie findet und da mal fragen könnt, wie er das Ganze so macht, von denen ihr vielleicht dann auch die Frösche bekommt. Das ist immer so der beste Weg, wenn ihr einen Züchter habt, wo ihr die Frösche hier habt und der euch Tipps gibt, wie ihr am besten das Terrarium einrichtet. Bei mir war es ähnlich, ich habe die Frösche von Ricardo, also Grüße gehen raus, Frau Comschwerin, gibt es auch ein Video zu, wo jemand bei ihm zu Besuch war und da habe ich die Videos gesehen und er hat mich dann auch angeschrieben auf Instagram, weil er gesehen hat, ich möchte mir Pfeilgefrösche zulegen und dann habe ich mit ihm telefoniert und habe dann von ihm die Frösche gekauft. Bevor es aber zu den Fröschen ging, habe ich ja das Terrarium eingerichtet. Ich habe mir ja auch viel Zeit gelassen. Das Terrarium ist 80 cm breit, 50 cm tief und 1 m hoch, also schon relativ groß, aber ich möchte einfach, dass das ganze Terrarium auch gut aussieht und die Frösche auch wirklich viel Platz haben. Da habe ich die Rückwand und die Seitenwand aus Strukturplatten und so einen Teichschaum gebaut, das Ganze dann schön ausgeformt, damit es wirklich sehr natürlich aussieht, mit noch Wurzeln und das Ganze beschichtet, damit alles schön aussieht und bis jetzt schaut das richtig gut aus und ich bin sehr zufrieden, wie ich es gemacht habe. Dann habe ich das Ganze bepflanzt mit ziemlich viel Pflanzen, die haben sich auch schon gut entwickelt. Ich habe auch immer wieder mal Pflanzen nachgesetzt, irgendwelche, was ich bekommen habe von Freunden oder gut gekauft habe, sind hier auf jeden Fall noch einige mehr Pflanzen jetzt im Terrarium und sie sind auch schon gut gewachsen. Das allerbeste ist, wenn man das Terrarium einrichtet, dass man es zuerst mal stehen lässt und erstmal alles abschimmelt, weil oft ist es so, dass Holz vor allem an Anfang schimmelt und das vertragen auch oft Pflanzen nicht. Und wenn ihr euch dann viele Pflanzen kauft, das Terrarium frisch einrichtet und dann fängt alles an zu schimmeln, kann es sein, dass viele Pflanzen kaputt gehen. Da werde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr wartet, damit die Pflanzen nicht kaputt gehen. Und danach ist es immer noch gut, wenn man sich viel Zeit nimmt und das Terrarium erstmal leer ohne Tiere stehen lässt. Dann kann sich erstmal alles entwickeln, die Pflanzen können sich gut einwachsen, man kann auch Pflanzen austauschen. Falls noch etwas schimmelt, ist es auch nicht so schlimm und wenn dann alles eingewachsen ist, vielleicht sogar nach einem Monat, vielleicht sogar nach zwei Monaten, dann ist es Zeit die Tiere einzusetzen. Kommen wir aber jetzt zu den Fröschen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, was für Frösche es geworden sind und warum. Also ich habe mich für die Tinctuarius Azureus entschieden. Das waren so die Frösche, die ich irgendwie ganz cool fand, von Aussehen. Und bei den Tinctuarius ist es auch so, dass sie sehr aktiv sind und nicht so scheu. Also sieht man sich häufiger und man kann sich auch gut beobachten. Und zum anderen sind sie auch relativ einsteigerfreundlich, wobei ich das eigentlich nicht so gern sage. Einsteigerfrösche oder Einsteigertiere oder so, ist immer ein bisschen schwierig. Aber sie sind halt ein bisschen pflegeleichter als vielleicht andere Arten. Mir war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte ein Bärchen einsetzen. Es gibt ja manche, die auch eine Gruppe einsetzen. Aber da ist immer so ein bisschen das Risiko, dass ich die nicht ganz so gut vertrage. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein Bärchen einzusetzen. Ich wollte auch am liebsten ein Bärchen haben, was schon harmoniert und was schon adult ist, also schon ein bisschen älter ist, damit es auch wirklich gut harmoniert und ich da keine Probleme habe. Und da kam dann der Riccardo ins Spiel. Der hat mich angeschrieben und mir die Frösche angeboten. Ist ein Bärchen Tinctuarius Azureus und das ist schon so circa ein, zwei Jahre alt und harmoniert auch richtig gut. Also da schon mal vielen Dank an Riccardo. Ich bin sehr happy mit den Tieren. Das einzige Problem war, der Riccardo ist aus Norddeutschland oder ziemlich in Norden in Deutschland, aus Schwerin. Und das ist ziemlich weit weg. Zuerst habe ich überlegt, ob ich zu ihm fahre, dann hätte ich auch ein Video gemacht von seinen Froschrauben. Aber dann hat sich das irgendwie nicht so ergeben und es war schon eine ziemlich weite Strecke. Er hat aber auch gemeint, dass er bei der Terroristica in Hamm ist und es hat sich ganz gut ergeben. Da habe ich gedacht, ja, ich fahre dorthin, war dann ja auch bei anderen Läden auf dem Weg und habe das so verbunden, dass ich noch bei ein paar Aquarienläden vorbeischau und da habt ihr auch schon die Videos gesehen. Das war so der Hauptgrund für die Reise, dass ich nach Hamm bzw. näher Dortmund gefahren bin und die Frösche abgeholt habe. War dann auf der Terroristica. Das ist so die größte Börse oder Messe, die es so in Europa gibt, soweit ich weiß. Die findet viermal im Jahr statt und die, wo ich war vor einigen Monaten, die war die, wo am wenigsten im Jahr los ist, was ganz gut gepasst hat, weil dadurch war es nicht ganz so voll, weil wenn man dort im Herbst und Frühjahr hingeht, ist es ziemlich voll von dem, was ich gehört habe. Ich habe da noch ziemlich viele Pflanzen und so weiter gekauft, aber vor allem halt auch die Frösche und auch Springschwänze. Springschwänze sind auch noch ein guter Punkt, die sollte man auf jeden Fall ins Terrarium einsetzen, so als Bodenpolizei und immer so ein bisschen als Snack für die Frösche. Die fressen die auch ganz gern. Wenn man schon bei der Ernährung sind, das war so der größte Punkt, worüber ich überlegt habe, ob ich mir wirklich Feigefrösche zulegen soll, weil man muss sie mit Fruchtfliegen füttern oder zumindest meistens mit Fruchtfliegen. Und damit man das am besten machen kann, ist es gut, wenn man sie einfach selber züchtet. Und das ist gar nicht so kompliziert. Man hat so Becher mit so einem Brei. Hier ist eigentlich schon ein fast fertiger Becher. Da sind schon viele Pfliegen geflüpft. Und das Gute ist, die Fliegen können nicht fliegen. Also es ist eine Züchtung von Fliegen, die nicht fliegen können. Deshalb ist es nicht ganz so schlimm, wie man dann mal auskommen. Aber trotzdem will man es nicht unbedingt haben. Und es riecht auch ganz wenig. Es ist nicht so schlimm. Zumindest bei mir ist es nicht schlimm. Aber es ist ein Punkt, wo man denken sollte, dass es ein bisschen Aufwand ist, immer wieder Fruchtfliegen für die Frösche zu züchten. Ich fütte aktuell so fünf Mal die Woche mit Fruchtfliegen. Und da komme ich ganz gut zurecht aktuell. Das Ganze hat mir der Gerhard gezeigt. Da habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, wie man die Fliegen ansetzt. Ich habe hier so Becher, hier einen Loch geschnitten, hier einen Küchenpapier, damit die Fliegen nicht rauskommen. Und damit keine Fruchtfliegen, die fliegen können, hier rein können. Weil sonst kann es sein, dass die dann doch fliegen können. Da habe ich dann noch ein Datum geschrieben von 01.07. Heute ist der 24.07. Also so lange braucht das ca. ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und hier sieht man auch die ganzen Maben. Also schlüpfen da noch öfters Fliegen. Das Ganze mache ich dann so, dass ich mir ein paar Fliegen rausholen. Ich habe hier so einen Becher mit so einem kleines Gitter. Und hier gebe ich die Fliegen rein. Dann kommt ein bisschen Vitaminpulver dazu. Dann bestäube ich die Fliegen, damit die Frösche auch mehr Vitamine bekommen. Und damit fütte ich dann die Frösche. Ich habe da noch so einen kleinen Teller mit einer Banane. Den stelle ich rein. Dann wissen zum einen die Frösche immer, wo sie ihr Futter bekommen. Also immer auf derselben Stelle. Und die Fruchtfliegen bleiben auf der Banane. Und dadurch können die Frösche besser die Fruchtfliegen fressen. Und die Fruchtfliegen verteilen sich nicht sofort im ganzen Terrarium. Ist auch immer sehr cool, die zu beobachten. Jetzt gerade ein bisschen ein Vorführeffekt. Eigentlich kommen sie sofort her und gehen zum Futter. Wahrscheinlich war es jetzt ein bisschen ungewohnt, dass hier extra Licht ist und ich so lange vor dem Terrarium gestanden bin und mich bewegt habe. Eigentlich sind sie gar nicht schreckhaft. Und es macht ja noch nichts, wenn ich vor dem Terrarium stehe und die Scheibe offen habe und sie dann fütter. Aber jetzt irgendwie wollten sie nicht. Oh, hier kommt der eine. Also hat noch ein bisschen länger gedauert dieses Mal. Eine Sache, die nicht fehlen darf, sind Namen für die Frösche. Ich benenne meine Tiere, also meine Fische eigentlich nicht, weil ich habe immer mehrere Gruppen. Aber hier bei einem Bärchen finde ich könnte man schon Namen geben. Und ich habe für das Bännchen relativ schnell einen Namen gefunden oder ist mir relativ schnell eingefallen. Und zwar Jinbei. Vielleicht weiß der ein oder andere, von wo das kommt. Das ist von einem Anime, von One Piece. Falls nicht, ist nicht so schlimm. Aber Jinbei finde ich passt ganz gut, weil der ist auch blau. Aber für das Weibchen weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das nennen soll. Also schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht auch aus One Piece, falls ihr es nicht kennt, vielleicht auch einen anderen Namen, der gut zu Jinbei passt. Bin gespannt, ob ihr da irgendwelche coolen Vorschläge habt. Mir ist jetzt auf die Schnelle nichts eingefallen. Als ich sie geholt habe, haben sie sich leider ein bisschen an der Nase verletzt. Also ein bisschen aufgerieben oben an der Nase. War aber zum Glück nicht so schlimm, dass sie es relativ gut verheilt. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe da noch gleich mit dem Riccardo telefoniert und mit dem Gerhard. Und sie haben gemeint, solange sich nicht entzündet und mehr wird, ist es nicht so schlimm. Falls er sich entzünden sollte oder ein bisschen mehr werden sollte, dann sollte ich sie ein bisschen mit Augentropfen oder Augensalbe behandeln. Musste ich aber zum Glück nicht machen. Und mittlerweile ist es schon sehr gut abgeheilt. Bei den einen sieht man es fast gar nicht mehr, bei den anderen noch ein bisschen mehr. Aber ja, ist leider so. War halt ein relativ langer Transport von zwei, drei Tagen in der Box. Haben sie aber trotzdem ganz gut mitgemacht und haben dann auch gleich gefressen, als ich sie eingesetzt habe. Eine Frage, die ich seit ich die Frösche habe oder seitdem ich Leuten erzählt habe, dass ich mir Ferry-Frösche kaufe, ist natürlich, sind die nicht giftig? Ist es nicht gefährlich? Und das dachte ich ganz früher auch. Ich habe das aber dann schon irgendwann mal mitbekommen. Und zwar sind sie nur in der Natur gefährlich und da sind auch verschiedene Arten verschieden giftig. Aber sobald sie im Terrarium gehalten werden und mit Fruchtfliegen ernährt werden, sind sie nicht mehr giftig. Also wenn man sich Nachzuchten holt oder Tiere, die schon in einem Terrarium leben, dann hat man da gar kein Problem. Ich glaube bei Wildfängen muss man vielleicht am Anfang ein bisschen aufpassen, aber da weiß ich es nicht so ganz genau. Aber man kriegt schon fast alle Frösche als Nachzucht, was auch auf jeden Fall ein richtig guter Punkt ist. Aber da braucht man sich keine Gedanken machen. In der Natur fressen sie gewisse Insekten. Ich glaube das sind zum einen Ameisen und dadurch produzieren sie das Gift und geben das Gift ab. Und das passiert halt im Terrarium nicht. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Dann ein weiterer Punkt, worüber ich mir auch, bevor ich mir die Frösche zugelegt habe, Gedanken gemacht habe, ist die Lautstärke. Zum einen die Frösche sind tagaktiv bzw. dämmerungsaktiv. Sie sind also tagsüber immer unterwegs, was auch cool ist, weil man sie immer sehen kann. Und wenn sie rufen bzw. quaken, was ich auch dachte, dass sie das öfters und lauter machen, dann ist es eher abends, also nicht mitten in der Nacht. Und bei den Tinktuarios ist es so, dass sie sehr sehr leise sind. Ich habe da schon ein, zwei Mal versucht aufzunehmen. Ich glaube ich habe eine Aufnahme davon. Ich werde euch die jetzt einblenden. Aber wie man hören kann, hört man nicht viel. Es ist relativ leise. Wenn man nicht darauf achtet, dann bekommt man es gar nicht mit. Wenn man so ein bisschen einen Hinterkopf hat und irgendwas ganz leicht hört und dann vielleicht den Fernseher ausmacht, dann kann man es hören. Das ist bei den Tinktuarios so, dass man die einfach fast gar nicht hört. Aber es gibt andere Arten, die um einiges lauter sind und die dann vielleicht nerven könnten. Also da sollte man sich vorher informieren, wie laut die Frösche sind und wann und wie oft sie rufen. Zum ganzen Thema Gelege und Süchten und so weiter möchte ich noch nicht so wirklich eingehen. Da habe ich noch nicht so Erfahrungen gemacht. Sie haben schon Eier abgelegt und ein Gelege gemacht. Aber da will ich euch erstmal noch nicht so viel sagen, weil ich habe da auch noch keine Ahnung von. Und vielleicht irgendwann mal, wenn ich da ein bisschen Erfahrung gemacht habe, kann ich euch da auch einmal ein Video zu machen. Übrigens, wenn ihr das T-Shirt, was ich an habe, cool findet, dann schaut gerne in die Beschreibung. Hier ist das neue T-Shirt von Liquid Nature, also eines von den drei von der neuen Premium-Kollektion. Schaut da gerne rein. Kann man jetzt vorbestellen bzw. könnte es sein, dass sie schon verfügbar sind. Schaut da gerne rein und falls euch etwas gefällt, dann schlagt gerne zu. Mein Favorit ist das Liquid Nature Shirt mit der Fünf-Gürtel-Barbe. Und wenn ihr was über meine Links in der Beschreibung einkauft, dann supportet ihr mich auch. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das ganze Terrarium im Detail aufgebaut habe, dann schaut in die Playlist rein. Da baue ich das ganze Terrarium auf und zeige euch alles im Detail.